Liebe Fußballfreunde, wir begrüßen die Mannschaft und unsere Gäste vom VfL Halle 96 und unsere Mannschaft, die heute hier im Nachholspiel gewinnen wird, den 1. FC Lennett Stimmbal. Ich habe noch genug Jacken. Ich habe hier. Alter! Ich habe hier. Ach, das ist echt. Ohne Haufen! Nee, das ist nicht geblieben. Sie sollen es! Lampigy, Lampigy! Ich hab's nicht gesehen! Lampigy, Lampigy, Lampigy! 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 Wir sind fest, fest, fest! Ja, 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 ja. Oh, Mann, ein Schwanz, ey. Der spielt links rüber. Spier. Bis zu sehen. Ja, 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 ja. Komm her! 0.0992 0.0992 0.0992 0.0992 0.0992 Schenkugsteig! Awesome!